Wir sind in der 300. Folge einer Amt für Cobra 11 zu sehen. Heute Abend ab 20.15 Uhr diesmal in Spielfindung. Durchstanker des Tages. Wie eine Gazette schreitet Sängerin Grace Capasto schuhfrei in unserer Interview. Diese hohen Schuhe sind immer eine Qual. Und unser Mikro muss heute von oben kommen, denn das eine Ausschnitt zu heffen ist zu riskant. Heute Morgen auch ein bisschen getapet. Für den perfekten Look. Hier ist es hier als neue Markenbotschafterin. Hier ist es eine Realprofessionelle. Uns interessiert aber auch, ob das Gerücht stimmt, dass sie ein Frischballer in diesem Bösen jetzt endgültig...